Musik Wann haben Sie das letztes Mal gelächelt oder gelacht oder Spaß gehabt im Leben? Man muss irgendwo, egal wo man wohnt, eine Ecke finden, wo da Ruhe ist, wo die Natur so hübsch ist, dass man wieder irgendwo eine Balance finden kann. Man hat ja immer Stress im Leben, Stadtleben, man rennt immer rum. Und wenn man so eine Ecke irgendwo findet, auch wenn man nur 10 Minuten pro Tag da sitzt und das so richtig genießt, das macht so einen Unterschied. Und dann auf einmal hat man wieder Bedeutung im Leben, da kann man alles um sich genießen, da hat man innere Ruhe. Und wissen Sie was? Dann fängt man auch an, ein bisschen mehr zu lächeln und ein bisschen mehr Spaß zu haben im Leben. Probieren Sie das doch mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017